So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Da ich am Donnerstagabend nach dem Stream wegfahre in ein fernes Land, in ein Land vor unserer Zeit sozusagen, und ich erst am Samstag Nachmittag wiederkomme, muss ich ein paar Videos auch schon wieder mal vorproduzieren, ein paar Sachen hochladen, dass in der Zeit, wo ich nicht da bin, auch ein bisschen was da ist, was die Leute gucken können. Und vor allem, weil ich am Freitag ja dann nicht streame und am Samstag ja dann auch nicht streame, obwohl wir eigentlich am Samstag immer unseren Stream hatten, aber gut, das geht ja so, ich soll mir ja immer meine Zeit nehmen und das mache ich auch. Und ich möchte euch heute was ganz Interessantes zeigen. Und da ich ja mit dem Spületrend-Account momentan spiele, solange wie mein Account nicht da ist, Ihr seht, Startdatum 8.7., jetzt ist der 28.7. bei mir hier gerade, wo ich das aufnehme, 0.19. 44 Millionen Punkte, Level 72, die Erfahrungspunkte für das Level 73 sind eigentlich schon voll, aber es fehlt noch eine Aufgabe, und zwar, wieso geht das denn jetzt nicht? Ich habe doch hier drauf gedrückt. Level 43 Voraussetzungen, setze 200 sehr effektive Ladeattacken ein. Und das ist eine Aufgabe, die kann sehr nervig sein. Wir haben damals, als ich mit dem Haupt-Account auf Level 50, Row 250 gemacht habe, immer mal ein paar Forschungen gezeigt, ein paar Tipps gegeben. Und damals, ich habe nochmal nachgeguckt in dem Video, habe ich Manntags gehabt und habe mit Manntags immer irgendwie gegen die Trainer gekämpft, habe trainiert sozusagen, also gegen die Teamleiter, die es gibt im Spiel. Mit Manntags habe ich es geschafft, in einem Kampf ca. 7 Ladeattacken unterzubringen. Damals war das eigentlich recht gut, das war das Beste, was ich rausgeholt habe. Jetzt habe ich mich nochmal ein bisschen belesen und gesehen, wie man es schafft, 14 Ladeattacken unterzubringen. Und das ist einfach das Doppelte. Das heißt, wenn ihr wirklich 200 Mal sehr effektive Ladeattacken einsetzen müsst, ich meine, das könnt ihr über GBL machen, wenn ihr normal GBL spielt, das zählt dazu. Wenn ihr gegen einen anderen Freund kämpft, zählt das dazu. Es zählt dazu, wenn ihr gegen die Teamleiter kämpft, also trainiert. Und es zählt natürlich auch dazu, wenn ihr Arenen angreift. Es zählt auch dazu, wenn ihr Raids bestreitet. Heute war Raidmania, heute war Raidstunde, weil es ist ja eigentlich Mittwoch, beziehungsweise jetzt ist es schon Donnerstag, nach 0 Uhr, ne, deswegen. Da habe ich ca. 100 Stück sehr effektive Ladeattacken gehabt, von der Raidstunde her, weil ich da immer mit Kampf-Pokémon gegen die Jalka gekämpft habe. Die Restlegen habe ich jetzt mit einem kleinen Trick gemacht. Jetzt fehlen genau 14 Stück. Und wie ich das gemacht habe, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Deswegen, ich habe mir ein Quapo gemacht, unter 1500 WP. Ich habe einfach ein bisschen was entwickelt und geguckt, wie weit es geht. Und versucht, unter den 1500 zu bleiben. Ich weiß jetzt gar nicht, eigentlich hätte ich auch, wenn es nach der Entwicklung 1000 WP hätte, hätte das, glaube ich, auch gereicht. Ich habe es ein bisschen gepusht, damit es ein bisschen dahin geht, aber ihr könnt da noch ein bisschen rum experimentieren. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Quapo dann Steigerungshieb hat, damit es sehr schnell einfach immer wieder seinen Charge-Move machen kann, der aber nicht wirklich Schaden macht. Und Lehm-Schuss. Normalerweise nimmt man ja zwei gleiche Moves, same type attack. Das machen wir jetzt hier nicht. Wir wollen ja nicht, dass der Gegner so schnell stirbt. Nehmen also jetzt extra einen Boden-Move, der auch schnell auflädt. Die Lade-Attacke, die auch wieder fix einsetzbar ist. Wir gehen auf Blanche. Das ist ganz wichtig. Die blaue Teamleiterin. Gehen auf Trainieren in der Superliga. Nehmen unser Quapo, was wir uns extra gemacht haben. Und ihr werdet jetzt sehen, wie genial das ist. Denn meine Boden-Attacken machen so gut wie gar keinen Schaden, laden aber mega schnell meinen Charge-Move auf. Der Charge-Move, den setze ich gar nicht ein. Ich werde nicht drücken, sodass er eigentlich durch die Boden-Attacken den Quick-Move nur Schaden macht. Und so überlebt der Gegner ganz lange, weil er kaum Schaden abkriegt. Wir kriegen auch nicht so viel Schaden. Und unser Quick-Move ist trotzdem sehr effektiv, auch wenn wir den gar nicht wirklich aufladen und wirklich nutzen. Und so kriegt ihr 14 Lade-Attacken unter, wenn ihr einmal gegen einen Teamleiter kämpft. Für alle Leute, die also noch Level 40 auf dem Schirm haben und dann auf Level 50 gehen wollen, die hier noch nicht waren, die irgendwann diese Aufgabe kriegen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Ihr seht, ich habe es jetzt voll. Einmal. Ich drücke dann nicht drauf. Mein Quick-Move wird jetzt theoretisch trotzdem gestärkt. Hier, Angriff steigt. Aber, Steigerungshieb ist schon wieder voll. Ich drücke nicht. Ich mache nichts. Denn es zählt ja trotzdem. Er greift ja trotzdem an. Nur greift er nicht so stark an, weil ich den nicht geladen habe. Ich bin ja nicht auf einfach fabelhaft gegangen bei dem Minispiel. Jetzt wärmer natürlich mal ab. Bringt nämlich nichts, wenn wir sterben. Wir haben jetzt zweimal schon den Steigerungshieb durchgebracht. Er ist das nächste Mal voll. Ich drücke wieder nicht. Das ist das ganze Geheimnis. Aber ihr seht, wie schnell Lehmschuss den Steigerungshieb auflädt. Kriegt man es nochmal hin? Wir kriegen es nochmal hin. Schon alleine bei Sneebel habe ich viermal jetzt eine sehr effektive Ladeattacke eingesetzt. Und bei den anderen habe ich immer nur sieben insgesamt geschafft. Wir sind jetzt schon bei vier. Wir sind jetzt bei der Nummer fünf. Denn alle Pokémon, die Blanche einsetzt, gerade hier in der Superliga, haben eine Kampfschwäche. Das sind meistens nämlich Eispokémon. Deswegen haben wir jetzt hier die Nummer sechs. Wir greifen das sechste Mal an. Wir wischen wieder nicht. Wir machen wieder nichts. Wir lassen das einfach so durchgehen. Denn ja, es gibt Leute, die machen Raids und greifen da an und hin und her und sonst was. Aber es sind nicht immer Raids da. Die Leute wollen immer ganz schnell irgendwie weiterkommen. Die Leute sagen, ja, ich will diese Aufgabe machen, aber ich habe keine Raids mehr. Ich muss bis morgen warten. Und ich will auch nicht hier 20 Raids machen. Ich bin free to play. Und ich habe auch keine Freunde, gegen die ich jetzt GBL zocken kann. Und in der normalen GBL, da ist das so abwechslungsreich. Da schaffe ich es nie, so viele Ladeattacken unterzubringen und bin gleich tot. Gut, deswegen, das ist der beste Tipp, wenn ihr euch selber helfen wollt. Wir haben es hier auch nochmal geschafft, bevor der stirbt. Können nochmal drücken, nochmal drücken, nochmal drücken. Wir haben ja damals mal einen Tipp gegeben, wie man die Trainingsmedaille gut pushen kann. Mit Crypto to Heido war das Ganze, weil der einfach ganz schnell alle einfach weggemacht hat. Bam, 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 das richtig brutal war. Das ist jetzt einfach ein Tipp, nochmal als Update, weil damals haben wir das mit Mandax gezeigt. Aber im Gegensatz zu Mandax ist Quapo einfach das Beste, was ihr machen könnt, wenn es um sehr effektive Ladeattacken geht. Wenn ihr so 14 mit einmal macht, ihr wisst, wenn ihr 10 mal dann trainiert habt, dann habt ihr schon 140 Ladeattacken durch. Den Rest habt ihr vielleicht nebenbei trotzdem über Raids gemacht oder über andere Sachen. Deshalb finde ich, ist das was, was unbedingt jeder wissen sollte. Und was jeder auf dem Schirm haben muss. Wenn ich diese 14 jetzt voll habe, müsste ich auch meinen Levelaufstieg haben. Müsste direkt auf Level 43 kommen mit dem Spületrend. Dann können wir aber die Aufgaben abchecken, was wir dann haben. Ich wollte jetzt halt nicht alles ausführlich zeigen, aber gerade diese Aufgabe fand ich, ist es wert, gezeigt zu werden. Das ist jetzt die letzte, die geht nochmal durch. Das dürften jetzt 14 Stück gewesen sein, wenn nicht sogar 15, aber nein, ich glaube es waren 14. Ihr seht, zack, der ist jetzt tot. Hier unten ist das aktualisiert, setze 200 Ladeattacken ein. Sehr effektive Ladeattacken hat gezählt. Wir haben insgesamt gerade mal zwölf Mal hier gekämpft, zwölf Mal trainiert, weil es insgesamt alles so gut mitgenommen hat. Wir gehen zurück. Wir sehen schon, hier ist eine 43 zu 10. Wir haben den Levelaufstieg, Level 43 bei Spületrend. Artikelbelohnungen. Wir haben eine Pose bekommen. Wir haben eine Brutmaschine bekommen. Sonderbombom XL. Bälle, Dränge, Beleber, alles dabei. Ein Raidpass. Und wie sieht die Statistik aus? Wir haben 1649 Pokémon gefangen. Wir haben 21 Raids gemacht. Die sind theoretisch fast alle aus der Raidmania heute gewesen. Wir haben 931 Pokestops besucht. Das braucht man nicht teilen. Was ich schade finde, als ich damals auf dem Weg zu Level 50 war, gab es diese Statistiken noch nicht. Ich habe nie so einen Screen gesehen. Erst als ich 50 war, haben sie das eingeführt, dass man solche Statistiken sieht. Die Aktivität im vorherigen Level. Ich konnte nie sehen, was ich wie, wo, wann gemacht habe. So, gehen wir mal herein. Wir gucken mal ganz kurz einfach noch, was hier steht. Was wir hier machen müssen. Gewinne 30 Trainerkämpfe in der Superliga. Das ist okay. Gewinne 30 Trainerkämpfe in der Hyperliga. Das ist okay. Gewinne 30 Trainerkämpfe in der Meisterliga. Das ist okay. Kämpfe 20 Mal in der Go-Kampf-Liga. Das ist auch eigentlich einfach. Das Letzte ist Go-Kampf-Liga. Ihr müsst nicht gewinnen. Ihr müsst nur 20 Mal kämpfen. Und die oberen Trainerkämpfe könnt ihr ja theoretisch wieder gegen einen zweiten Account, gegen einen Freund machen. Das heißt, ihr könnt euch absprechen. Ich kämpfe gegen dich 30 Mal und gewinne. Du gegen mich 30 Mal und gewinnst. Und dann könnt ihr euch da hochpushen. Das hat alles natürlich nichts mit Leistung zu tun. Auch hier unten kämpfe 20 Mal. Also Level 44 Incoming. Aber es fehlen ja eh noch Erfahrungspunkte. Wir haben jetzt 1,7 Millionen von 11 Millionen. Das dauert noch ein bisschen. Mein Account dürfte ungefähr am 8.8. oder am 7.8. wieder zurück sein. Dann wird der ja eh verlost. Ich denke mal, auf 44 werde ich es aber vielleicht noch schaffen. Ich weiß es nicht genau. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal.